Andernach ist die Bäckerjungenstadt, die Geiseerstadt, die essbare Stadt und nun muss sich Andernach, nicht nur im Hinblick auf die Energiekrise, weiterentwickeln zur Klimakommune. Mein Name ist Klaus Peitz. Ich kandidiere zum Oberbürgermeister der Stadt Andernach, eine der ältesten Städte Deutschlands. Ich glaube, ich habe die Visionen für die Weiterentwicklung unserer Stadt und unserer Stadtteile und auch die Fähigkeit, diese Visionen umzusetzen. Nur Wind machen ist mir einfach zu wenig. Wir brauchen keine vagen Ideen, wir brauchen einen Plan. Wir müssen bezahlbaren Wohnraum schaffen, neue Baugebiete erschließen. Wir müssen uns weiterentwickeln bei der Ausweisung von Gewerbe- und Industriegebieten. Andernach muss ein wichtiger Wirtschaftsstandort bleiben. Damit sichern wir auch Arbeitsplätze in dieser Stadt. Wir brauchen in schwierigen Zeiten Stabilität, Kompetenz, Erfahrung, Verlässlichkeit und Durchsetzungsfähigkeit. Ich bitte Sie um Ihre Stimme für die Wahl am 13. November, damit Andernach eine Zukunft hat.